Ich möchte heute über das Thema Hoffnung sprechen. Hoffnung ist das, was uns motiviert und uns die Entschlossenheit gibt, Herausforderungen zu bewältigen. In meinem Fall schöpfe ich Hoffnung aus den Diskussionen und Überlegungen. Ich sehe Zeichen einer positiven Zukunft, wenn ich Menschen sehe, die sich aktiv für Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Es sind die Menschen, die ihre Stimme erheben und Veränderungen bewirken wollen. In der Lehrveranstaltung konkret hat mich die Auseinandersetzung mit dem ökologischen Fußabdruck und den damit verbundenen Entscheidungen stark beeinflusst. Was mich dabei besonders hoffnungsvoll gestimmt hat, ist, dass mir bewusst wurde, dass Verzicht nicht negativ sein muss. Verzicht kann uns die Möglichkeit geben, wieder einen Einklang mit der Natur zu leben und eine langfristig nachhaltige und erfüllende Zukunft zu gestalten. In unserer hektischen und von Unruhe geprägten Welt haben wir oft den Bezug zu unserer Natur verloren. Und wir sind von einer konsumorientierten Kultur umgeben, die uns dazu ermutigt, immer mehr zu besitzen und unseren Lebensstil auf materiellen Gütern aufzubauen. Doch gerade jetzt haben wir die Chance, diese Punkte zurückzugewinnen. Indem wir bewusst auf gewisse Luxusgüter verzichten und unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren, können wir Raum schaffen für mehr Natur in unserem Leben. Wir können uns wieder mit der Umwelt verbinden und die natürlichen Ressourcen wertschätzen, die uns zur Verfügung stehen. Lass uns also bewusster entscheiden, was uns wichtig ist. Lass uns also bewusster entscheiden, was uns wichtig ist, dass wir uns wichtig sind, dass wir uns wichtig sind, dass wir uns wichtig sind, dass wir uns wichtig sind. Lass uns wichtig sind, dass wir uns wichtig sind, dass wir uns wichtig sind.